...deine Birne oder lande in der Kiste. Ihr habt begrenzt Zeit, mich zu beeindrucken, Legenden. Bleibt bei eurer Heilerin. Habt ihr verstanden? Erkommen wir diesen Weg. Hab's gehört. Ich habe Materialien für meine Fähigkeit beworben, die wir gewonnen haben. Alles klar, das machen wir die Kiste! Ich habe die Kiste ausgeschaltet! Ich gehe da rüber! Ich bin gerade nicht mehr. Ich kann mal das machen. Was ist das? Der Hunter aus. Okay. Oh, das ist gut. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Wurde gesichtet! Legge ein Zahn zu! Markierung! Wenn du beschlossen hast, vergiss es! Feind am Boden! Achtung! Beobachte da drüben! Ich bin frei! Lade nach! Gesichtet! Legge ein Zahn zu! Ich stehe unter Beschuss! Jage auf aus dem Kamin! Schicke! Ich breite bei! Ich habe einen Gegner erledigt! Noch einen Moment zur Heilung! Lade nach! Ich bin am Boden! Gehe hier rüber! Also bei mir! Wir haben Besuch, Leute! Ich hätte zur Heilung kommen! Ich bin mit dem Kamin! 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 Erkunden wir diesen Weg. Tops gehört. Die Suche nach Ausrüsten ist angekommen. Runde 3. Offenbart Ihre Unzulänglichkeiten. Ich verpiss mich. Wurde gesichtet. Gehe dort entlang. Jetzt lad mal nach Ich bin auf eurem richtigen Kontakt bei meiner Markierung Jetzt geht's um die Meisterschaft Nur nicht nachlassen jetzt Gehen wir hier entlang Versteigen Das Ergebnis steht noch nicht fest Markiere unsere Umgebung Splittergranate unterwegs Ich verpiss mich Wurde gesiegt ist Kann meine Fähigkeiten im Moment nicht einsetzen Gemischgranate und verabschied Farbe flut Leg ein Zahn zu Ich kann genau so aus hier nach Ausrüstung suchen Gesiegt ist Leg ein Zahn zu Lagerrauch aus dem Kamin Ich glaube nach Kärer Paket Ich war klar Jetzt verpiss mich Ich bin der Mann. Gute Arbeit wieder. Und jetzt von vorne.